Naturwesen Naturwesen finden sich überwiegend natürlich dort, wo sie etwas fern sind vom menschlichen Trubel. Es ist so, dass letztendlich jede Straße auch systemisch für den menschlichen Geist, für die starke Mentalkraft des Menschen, für die Vernunftsorientiertheit steht. Und je weiter wir uns von Siedlungen entfernen, umso mehr übernimmt das Bewusstsein der Natur seine Kräfte und breitet sie aus in der Natur. Auf dem heiligen Odilienberg in den Vogesen im Elsass gibt es eine solche Fülle von Naturwesen. Und ich möchte dir hier einfach nur mal zwei Bäume präsentieren, von denen es so, so, so viele auf dem Odilienberg gibt, die einfach wirklich etwas Besonderes sind. Da haben wir zum einen auf dem Weg vom Kloster zum Mähnelstein, also in den Süden hin, einen Baum stehen, direkt am Wanderweg, der eine Spirale macht, ohne dass da irgendetwas dazwischen sichtbar wäre. Und ich kenne diesen Baum schon lange Zeit, über 20 Jahre und er steht dort immer noch, was mich immer wieder freut, wenn ich daran vorbeikomme, dass er nicht gefällt würde. Dieser Baum umarmt sozusagen den Fokus eines höheren Naturwesens, den Fokus einer Deva. Ein so unglaublicher Wuchs, der sozusagen eine imaginäre, nicht sichtbare Säule umwindet. Und diese Säule, diese energetische Säule, diese unsichtbare Kraft ist dann eigentlich der Fokus der Deva. Ein ganz, ganz wunderbarer Platz und von diesen gibt es, wie gesagt, mehrere. Ein zweites Beispiel ist ein gar nicht weit davon entfernter Baum. Der ist zum einen gezwieselt und Zwiesel sind immer Zeiger von Wasseradern. Aber dieser ist nicht nur gezwieselt, sondern, wenn man so will, gedrieselt, also hat drei Hauptständen gebildet. Zwei im Spitzenwinkel, ein klassischer Zwiesel und einer in einem solchen Kandelaberwuchs, sagt man dazu. Und dieser Kandelaberwuchs ist eigentlich eine Signatur für einen sogenannten Drachenweg. So zeigt uns dieser eine Baum, dass er auf einer Wasserader steht und in der ätherischen Kraft, im ätherischen Feld, eines Drachenweges, ebenfalls eines Phänomens, das ganz intensiv mit den Erdkräften verbunden ist. Zwei kleine Beispiele, wie die Erdkräfte auf dem Odilienberg sich zeigen über die Bäume, wie die Naturwesen sich zeigen, denn natürlich befindet sich auch an diesem Baum, diesem Zwiesel mit dem Kandelaberwuchs, ein wunderbares Naturwesen. Und ich kann euch nur raten, den Odilienberg einmal zu erwandern. Es gibt da so viele fantastische Plätze und so viele Plätze, an denen die Naturwesen präsent sind. Vielleicht schreibst du mir mal in die Kommentare, ob auch du schon mal einen Kontakt hattest zu einem Naturwesen, ob du das schon mal gespürt hast, wahrgenommen hast, ob du schon mal in Interaktion getreten bist mit einem Naturwesen. Ja, wenn dir der Beitrag gefallen hat, lass doch ein Like da, vielleicht auch ein Abo und sei gespannt. Es wird noch mehr kurze Videos über die Orte, die Kraftorte des heiligen Odilienbergs geben. Das war's für ein Abo und sei Dank. Untertitelung des ZDF, 2020